ja hallo freunde ich bin wieder mal am weg und heute starten wir gemeinsam das projekt johannes weg im müllviertel im wunderschönen oberösterreich heute die erste etappe hier von kaltenberg nach bierlach das sind nicht ganz 30 kilometer aber wir wissen das müllviertel hat doch seine tücken aber ich bin sehr gespannt wir werden sicherlich auch einiges zu sehen bekommen und ich würde vorschlagen wir starten einfach mal durch also dann viel spaß so 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 ja so 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 das war es einmal von mir und vom Bierbach